Ich freue mich heute auf die Radtour. Es ist wieder Spitzenwetter und wir freuen uns heute lang und hart zu fahren. Wir sind hier an der Costa Regis am Torbogen und begleiten die Radgruppen von ProTraining Tours, die auf dem Weg nach Lageria sind. Sie haben sich hier den ersten Berg nach oben gekennt und sind jetzt auf dem Weg. Auf geht's Männer! Hopp, 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 hopp! Heute haben wir hier ein wunderschönes Intervalltraining, genießen die Sonne, machen ein paar GA2 Einheiten. Da wird ein bisschen schneller gefahren, das ganze viermal und danach fahren wir noch 60 km locker schön durch die Landschaft. Musik 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 Heute ist wieder ein super Tag hier in Lanzarote in Sans Beach. Heute im 25 Meter Pool. Wir haben angefangen mit ein bisschen Körperspannungsübungen, Beine, danach eine sehr intensive Technik Einheit. Und jetzt haben wir die Athleten losgeschickt für eine etwas längere KA Kraft Einheit, damit auch dann über die längeren Distanzen genügend Kraft einfach trainiert wird. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Camp Nummer 3 vorbei, Pro-Training-Tours hier auf Lanzarote. Vielen Dank an Sands Beach, vielen Dank an Sailfish und an Edinger. Die Party im Lido gestern Abend, wunderbar, wie jedes Jahr. Wir freuen uns auf nächstes Jahr, 2017, ein super Jahr. Und are you cool enough to train with us? Pro-Training-Tours, discover your potential. Thank you, bye.